hallo und herzlich willkommen bei reddoggamping ich bin heute wieder auf die anderen ticket und heute habe ich das spiel rise of kingdoms ich starte das spiel vorbetreiben und dann sind wir auch schon gleich da ich habe gerade schon heruntergeladen mein account rausgesucht und da sind wir da ich werde das wieder machen dass ich oh der händler ist da weiß da gibt es zuerst wir kaufen davon brauche ich nichts davon brauche ich auch nichts ich möchte nicht so viel diamante wieder verbraten und davon auch nichts das gibt es doch nicht aber auch nichts auch nichts also ich werde das so machen dass ich wieder sachen meine dailies fertig mache hier mauer taferne steinbruch zack 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 ab nächstes level kriege ich also hauslevel sieben das ist sie genau ab nächstes level kriege ich also hauslevel sieben das ist sie genau ab hauslevel sieben bekomme ich die nächste einheit hatte ich da kann ich eine nachricht dass meine mauer kaputt ist hier steht aber unbeschädigt egal 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 was haben wir hier egal egal ob ihr Gut, dann haben wir das Ganze schon. Barbadenangriff, genau. Ich greife jetzt erst, es ist ein Level 9 an. Das ist ein Level 9 an. insgesamt brauche ich drei kämpfe gefällig mit denen aber wenn die Frau wieder ihren Fallschluss macht der ringsherum ist und ein Fall berührt die dann greift die mich auch an und da ist es dann ah gut wir sind so schnell tot da kann gar nichts passieren Gott sei Dank rock sind 7500 8500 raus immer 8000 mehr das ist Was sind dann 11.000? Oh, ich bin ein Schuss. Oh, ich bin ein Schuss. Oh, ich bin ein Schuss. Es war der roter Punkt hier, eigentlich nicht normal. Jetzt ist er weg, jawoll. Jetzt ist er weg. Abläufe 10 erst. Abläufe 10 erst. Hm, ehrlich. Endlich überall die 3 Sterne. Ah, shit. Drei gegenstände neu. Drei gegenstände. Drei gegenstände. Zubi, Münz, Badakti-Germann. Ne, das ist ... Oder das Ding wir gemeinsam ... Ach doch. Und Kommandanten. Gut, dann kommen wir da gleich wieder hin. Aber die wurden im Punkt dann abgearbeitet. Ich halte durch für mein Volk. Mein Sohn wird unsere ruhmreiche Linie weiterführen. Ist der andere nicht auch hier in der Nähe? Oh schön. Geschenk. Ach, da ist der andere. Dann geht es mal weiter mit ... Der große Arzt. Ich habe von schon mit einem Level 9 angegriffen. Das heißt, ich müsste eigentlich die 50 Verletzten haben. Jawohl. Okay, verbündete Helfen geht nur, wenn welche da sind und online sind. Werte Gebäude in der Stadt einmal auf. Also, der hier. Eine Stunde. 15 Minuten ist das höchste. Ja. Ja. Höchst. 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 Go, go, go. Come, Sean. Perfect. Sammler-Holz-Hilfe. Sammler-Holz-Hilfe. Zwei Stück fehlen noch. Eins. Holz-Schub. Stein-Schub. Sammler-Form vergesse ich das hier erstmal. So ein Mist. Machtwissen. Kommandanten. Fünf Bücher müsst ihr lesen. So. Fünf. Passt doch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah, okay. Ich setze sie in Talente. Eingliederung. Gut. Und dann haben wir noch fünf Sachen kaufen beim Händler. Ach, das war nicht so schön. Aber egal. Eins. Drei. Ich hab gar nicht da unten geschaut, ja. Ah. Alles, was haben wir gekauft. Egal. Jetzt haben wir noch die Silbertruhen. Jetzt haben wir noch die Silbertruhen. Und das war's. Mehr kann ich leider nicht heute machen. Obwohl der eine ist da unterwegs. Und das geht ja nur, wenn ich genug Leute Energie habe. Gut. Ich schaffe den Rückweg. Ist gut. Das ist. Oh. Schönes Schloss. Ostkorea. Die Koreaner beherrschen die Handywelten. Und es kommt schon. Schnella. 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 Oh nein. Wir hätten unser eigenes Land erschaffen. Komm schneller. Komm schon. Los. Wir werden unser eigenes Land erschaffen. Los. Wir werden unser eigenes Land erschaffen. Ach. Die deutsche ist das. Die deutsche Kommandantin. Die hier. Ich halte durch. Für mein Volk. Konstanze. Und. Und. Geh. Und. Ich bin schon fertig. Gut. Aber ich würde mir sagen. Das war's. Für heute. Ich will das Spiel verlassen. Verlassen. Bestätigen. So. Genau. Und. Dann sage ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. wenn ihr euch dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.